Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, falls ihr euch fragt, warum jetzt gehen wir an, das ist mein kleiner Bruder hat gespielt und hat den Skin geändert, nervig, egal, darum soll es gehen, heute würde ich euch mal zeigen, was jetzt neu im Snapshot ist, und zwar im Snapshot 16W37A, ab jetzt werden wahrscheinlich häufiger Snapshot Vorstellungen kommen, wenn euch natürlich die ganzen Folgen hier gefallen und erstmal werde ich mit zusammenfassen, was es so bisher in den Snapshots gab, zur 1.15, wer nicht weiß, was Snapshots sind, Snapshots sind im Prinzip immer so Beta-Phasen für die neue Version, die man im Prinzip schon anspielen kann, müsst ihr einfach im Minecraft Launcher einstellen, wenn ihr wolltet, dass ich dazu ein Tutorial mache, schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich das natürlich gerne und ja, bisher in der 1.14 kamen erstmal die Bienen hier rein, ähm, neue Tiere einfach, die jetzt im Game zu finden sind, ähm, spawnen in solche Bienen stöcken, hier, das wird tatsächlich random gespawnt, da könnt ihr mal reinfliegen, sehen noch ziemlich, ziemlich groß aus, wenn man sich die Bienen hier mal anguckt, ähm, ja, haben auch so einen klassischen Brummstound, und hört es hier, äh, ich glaube, die machen auch Damage, wenn man den zu nah kommt, und, äh, ja, jetzt sehe ich allerdings mal, äh, beziehungsweise, dann kann ich hier mit noch so einen, ähm, Beehive hinzu und so einen Bienenstock, ähm, neben dem Bienennest nochmal, ähm, das hat allerdings noch keine Funktion, ich kann rechtsweg machen, passiert nichts, und jetzt kommen wir allerdings einmal zu den neuen Features, die jetzt mit der in der neuen, ähm, neuen Snapshot drin sind, und zwar kann man ab jetzt das Lagerfeuer mit einer Schaufel ganz sicher auch mit rechtsklick ausmachen, mit einem Flintenstil kann man es wieder anmachen, ähm, ganz einfach natürlich, ähm, mit rechtsklick aufs Campfire, dann kann man es ausschalten, äh, dampft es auch nicht mehr, ist denke ich mal ganz nice, vielleicht für den ein oder anderen Spielmodus, die man so machen kann, ähm, ja, kann man auf jeden Fall machen, ähm, dann haben wir hier, äh, auch eine neue Feature, ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt braucht, und zwar, wenn man jetzt mit einem Kolben ein Item, beziehungsweise ein Block, der Farmen nicht zerstört, Fanscape zum Beispiel zerstören ja kein, äh, kein Farmen, wenn, wenn es da drunter ist, wenn man jetzt andere Blöcke rauftut, dann wird es natürlich zerstört, ähm, und der Kolben hatte früher das dann auch immer zerstört, wenn, äh, das Fanscape jetzt von da weggegangen wäre, wäre das, wäre der Block hier unter zu normalem Dirt geworden, und jetzt, äh, wurde das Ganze im Prinzip auch gefixt, ähm, denke ich, halt, sollte jetzt nicht allzu viele interessieren, als weitere Neuigkeit gibt es auch noch, dass, äh, wenn im Prinzip viele Tiere auf einmal spawnen, so, in so einer Familie, ähm, dann zieht ihr immer, die laufen ja hier zusammen herum, dann sollen ab jetzt dabei auch, ähm, einzelne, ähm, die Babytiere spawnen, äh, dabei, und, äh, ja, hier zum Beispiel, wenn jetzt vier Kühe spawnen, ist natürlich die Chance nicht ganz groß, dass ein Babytier spawnt, allerdings, äh, soll es häufiger vorkommen, ich glaube, bei Pferden ist das ja schon, äh, so gewesen, dass dort, ähm, Babytiere gespawnt sind, ähm, zum Beispiel Zombies können ja auch Babytiere spawnen, ich weiß gar nicht, können Baby spinn spawnen, ich glaube nicht, äh, ja, ne, genau, es spawnen keine Baby, äh, spinnen, aber wenn man eben halt, ähm, Zombies hat, ähm, dann sieht man ja, wenn man hier rechts gekauft macht, aber wobei, funktioniert gerade gar nicht, auf jeden Fall können ja auch als Babyzombies spawnen, und, ähm, ja, das sollte jetzt etwas häufiger vorkommen, dass sie nicht alleine spawnen, die Babyzombies, sondern nur, dass sie im Prinzip spawnen, wenn sie in einer Familie sind, ähm, das Ganze, also es gibt jetzt noch ein paar Bugfixes und, äh, beziehungsweise, ähm, ja, noch weitere Sachen und zwar, äh, wenn man Boote jetzt als Brennstoff nimmt, in einem Ofen, äh, dann hat es vorher eine Sache durchgebrannt, nur kurz so ein Furnace, ähm, so, dann auch irgendwie Iron, so, und wenn man das ja eh mal, wenn früher ein Boot hier reingetan hat zum Brennen, und dann oben etwas reingetan hat, dann hat das eine Sache durchgebrannt, jetzt brennt es schon, äh, insgesamt sechs Sachen durch, ist natürlich auch logischer, ich meine, äh, aus, wenn man es aus sieben, äh, beziehungsweise fünf Holzblöcken und glaubt, jetzt soll es natürlich auch ein bisschen mehr als nur eine Sache brennen. Ähm, ansonsten gibt es immer nur ein paar Fixes, ähm, ja, ist ja jetzt aber nichts für Gespannendes dabei. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen, schreibt mir gerne Feedback in den Kommentar ein, und dann bis zum nächsten Video, ciao! Bis zum nächsten Mal!